Im Tiergarten Thum entsteht eine reichlich 200 Quadratmeter große, begehbare Voliere. Anfang Oktober wurde die Tragkonstruktion aus fünf großen Rundbögen errichtet. Der aktuelle Baustand lässt erahnen, wie die Voliere einmal aussehen wird. Im Oktober 2021 hatte der damalige Landrat Frank Vogel einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 375.000 Euro für die Sanierung des Thuma Tiergartens und den Neubau dieser begehbaren Voliere erteilt. Schon im Februar 2020 bekam Thum Fördermittel in Höhe von rund 530.000 Euro, um die Einrichtung durch Neugestaltungsmaßnahmen fit für die Zukunft zu machen. Die begehbare Voliere entsteht in der Nähe des Teichs. Weitere Arbeiten sind aktuell die Netzaufhängung und die Außengestaltung des Geheges.